Lauf! 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 Mir doch egal! Lass mich stehen! Ja, mir... Oh, schnell! Lauf weiter! Halt die Fresse jetzt! Ihhh, weg da! Das ist das, das ist das... Das war echt knapp! Das Schlimmste, was du machen kannst, mit noch mehr Panik, während ich wegrenne! Doch, warte! Bitte... Bitte, Retros. Ich musste mich nur gerade sehr doll aufregen wegen dem Spiel. Sehr doll. Das war ja schon lange nicht mehr erlebt, so ein Mist. Okay... Wieder so eine Laser-Kacke hier. Und sie springt wieder nicht richtig. So, jetzt aber... Das Problem ist, da werde ich da voll weg gelasert. Hm... ... Kann man auch auf die Dinger schießen? Okay! Okay! Alles gut! Oh, das ist ein Alarm für die Geschütze! Autsch! Autsch! Das ist sehr toll! Oh, okay! Ich darf auch nicht auf die Raum schießen, das ist ja noch toller! Ui! Wir müssen ja austesten, was geht und was nicht. Und bis jetzt geht gar nichts. Gut. Also, wir müssen da anders durchkommen. Alles klar. Dann würde es irgendwas damit zu tun haben, dass man hier hoch kann und so. Das Problem ist... Hm... Ich muss ja anscheinend... Ah! Ich sehe schon. Okay. Ich habe jetzt wieder gedacht, ich muss ähm... ...irgendwelche Wunder vollbringen. Und durch diese Laser-Dinger dadurch. Das mussten wir nämlich schon mal machen. Aber Gott sei Dank nicht. Ich verstehe jetzt mal. Ähm... So. Das ist ja... Das ist ja eine Höllenanlage hier! Wir müssen durch die Förderbandanlage durch. Darf ich erst mal mich hier saven, Fräulein? Geh zu, dass du die Laser nicht berührst. Die bringen mich, die bringen mich zu Weißglut. Ach du meine Güte. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Unverzeute Ladungen registriert. Was? Wir sind voll die geile Ladung. Bitte überprüfen Sie Ihre Warenbereiche. Hey, das ist wunderbar hier. Äh, wie duke ich mich? Das ist doch scheiße jetzt. Nein, 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 nein. Was ist denn diese Dunkelradweize in der Richtung? ны? Danke. Hey, wie könnt ihr hier runterziehen? Boah. Wow. Ich find das real. Es war, wie oft? Es war ja so. Ja, versuchen auch bald sie herauszufinden. Ja. Was einem logisch erscheint, dass du das nicht berührst. Ja, hier weiß ich jetzt aber nicht, was ich machen soll. Oh fuck, ich war zu langsam. Ich war zu langsam, zu langsam. Okay, dann wollte ich wieder mehr. Ja, gut. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich mache jetzt schön auf den hier. Ein riesengroßes Laufband hier. Ähm, das ist ein bisschen schief. Ja, danke. Hä, die sind voll schief. Wie soll ich denn da... Ist das dein Ernst jetzt Spiel? Wie soll ich jetzt da durchkommen? Oh Gott, das ist ein Willen. Ah, das Ding hat mich geschubst. Wie assi! Nein, das ist eine Kiste. Oh mein Gott. Die Kiste hat mich gerade geschubst. Ich lebe noch. Ich lebe nicht mehr, aber... Was ist denn das für eine Scheiße? Oh, dieses Spiel fuckt mich gerade mega ab. Mega nervig. Ja, du hast mich da gesehen, natürlich, Hans Wurst. Ja, Alarm im Darm. Oh, heil. Ich bin im Kampf. Ja, natürlich. Hören die auch irgendwann auf, auf mich zu schießen? Wahrscheinlich nicht. Oh, das ist aber auch lahm, ey. Ich bin im Kampf. Ich bin im Kampf. Bitte herhören. Alle Abläufe werden wegen Inspektionsverzögerungen pausiert. Was ist das für ein Areal? Das ist ja furchtbar. Ich geh jetzt wieder hier rein. Schießen die dann wieder auf mich? Oh, diese Kackdinger, ich hoffe, die kann man irgendwie ausschalten oder so. Ja, endlich, endlich hält sie ihre Klappe. Oh, woher weißt du das? Mir kam beim Durchsehen der Kartendaten eine Idee. Wenn du die Atmosphäre verlässt, kannst du dich vielleicht mit dem Netzwerk der Kolonie verbinden. Ein Versuch ist es wert. Sobald wir verbunden sind, können wir Vermächtnisse schicken, die alle Erinnerungen und die Wahrheit über die Nethibas enthalten. Also Salzgehalt ist gerade da. Oh, hier ist eine Dose. Blitzwasser. Hm. Nein, der Eiswürfel ist immer noch da drin. Ich hab einfach den Titanic-Eisberg hier drin. Ah, das willst du vor mir jetzt. Ich hab den gerade gar nicht mitbekommen. Ich geb mir Mühe, Red Rose. Oha, hier darf ich nicht durch, ne? Sorry, ich musste das jetzt provozieren. Okay. Da ist eine Kiste. Ah, das ist die Kiste, wo... Mh, mh. Hä? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Der Robo-Hund da nämlich an Metal Gear Rising. Ein bisschen, ja. Seit wann leidest du mich? Ich sollte dich doch leiden. Nee, lass es. Lass es! Lass es einfach. Ich find's grad schön ruhig. Ich find das grad so toll. Lass doch einfach mal dein Maul. Nix zu uns leiden. Ja, das ist mega anstrengend. Sie spoilert halt schon Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Ja? Ja. Nein. 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 Nein! Nein! Do 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 Haha Haha Uiiiiiiiiiii Uiiiiiiiiiiiiiii Oh, sie stirbt doch noch Sie ist so dämlich für alles irgendwie Ja, 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 ja Den Sprung hätte sie locker schaffen können Oh my god Dort oben ist eine Leiter Nö Seh ich nicht Okay, sie hangelt sich auch nicht mal daran fest Das Spiel ist für Jump and Run Sachen nicht so geeignet, ehrlich gesagt I don't know Ich weiß nicht Sie springt doch immer weiter als sie soll Oder rutscht weg Ganz komisch Ach egal Ich steu auf die Kiste Alter Ist das dein Ernst jetzt? Alter Really Jetzt Wirklich Das Spiel würde mich gerade mega verarschen Das macht keinen Spaß sowas Meine Güte Kommt random so ein Kackding runter Ist klar Ist klar Ich stelle Hey, come on Das ist doch nicht dein scheiß Ernst ampl ... ... ... ... So ein Bullshit. Das Areal macht mich gerade echt ziemlich pissig. Warum zu helle brennt hier alles? Das ist kein gutes Zeichen. 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 Also ich sehe nicht, dass es besser wird. Ich bin in der Hölle angelangt. Das ist kein Wunder, dass es hier brennt. Das ergibt jetzt Sinn. So, das habe ich. Ein Beta-Kern. Und ich soll auch noch gegen Gegner hier kämpfen. Ja, danke schön, Spiel. Danke. 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 Hey, kannst du bitte wegbleiben? Hey, wie soll ich denn hier kämpfen? Alter, das ist doch bescheuert. Halt die Schnauze. Das macht mir gerade echt keinen Spaß. Ich überlege gerade, einfach auszumachen. So ein Bullshit. Deine Fräse halten, bitte. Wir verstecken uns irgendwo. Ja, jeder erwischt mich immer. Immer. Ja, na klar. What? Hey, come on. Hm. Ich schlafe dir Gegner jetzt mit. Ist mir alles egal. Hat ja keinen Sinn. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Ich schlafe die Schnauze aus. Jo, okay. Könnte ich schon machen, aber dann müsste ich es wieder umstellen, weil die reden ja auch in den Hauptquests. Das ist so unfassbar kacke einfach mit den Dingern. Hier kann uns der Geschützturm nicht entdecken. Ja, da bin ich mir nicht sicher, so wie der erschießt. Bleib weiter wachsam, Lilly. Natürlich. Mich nerven eher diese Geschütztürme. Die sind einfach so unfair. Vor allen Dingen so viele. Einer reicht schon, mich in die Weißglut zu bringen. Machen die da einfach 50. Du bleibst hier. Du bleibst hier. Gib mir den Loot. Danke. Werbung der Orca Aerospace Company. Ja, vor allem durch, vor allem die Türme, die man easy durch die Kanten wallern. Das ist furchtbar, die Dinger, ja. So, ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Weil jetzt kommt bestimmt ein Boss. Jetzt kommt nicht der pure Hass. Großes Feld. Das sieht sehr cool aus. Das ist der Orbitlift. Die Kontamination breitet sich auch hier aus. Und sie scheint deutlich schlimmer zu sein. Okay, wollen wir los? Red Rose, ich warne dich. Ich warne dich. So viel gestorben hier. Scheiß Sicherheitscode. Von wem hast du solche Wörter? Ich glaube, das habe ich von Adam. Von mir. Von mir. Weil ich die ganze Zeit fluche. Was hat sie von mir? I am sorry. Ja, ja, ja. Das glaube ich dir sofort. Nicht. Ja, 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 ja. Ich schaue mich eh erst mal hier um. Es sieht so aus, als ob die alle gleichzeitig gestorben sind. Bitter. Äh, Raphael Marx. Den Namen haben wir schon mal gehört. Was? Ab für den nächste. Geil. 32 von 49. Wir sind schon gut dabei. Los geht's. Ja. Ich geh erstmal hier rein, weil hier sind 3 Millionen Gegner. Das ist doch schön. Die warten auf Besuch. Ach du heilige. Oh ne, also die, oh Gott. Sieht ganz ein Land aus. Ich seh's. An der Quelle der Kontamination sollte ein Alpha Netiba sein. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.